Ich werde mich von dir entheben. Ich werde einen anderen Namen annehmen. Halt dich breit, drück. Bestätige. Was? Mach dich breit. Simos wartet auf dich. Halt mich am Arsch. So. Autos! Ich brauche Autos! So, wir brauchen 900.000 Punkte. Ach du Jemini. Au. Knutsch mich! Oh, bremst der ab, weißt du? Was ist das hier für Puzzys hier? Alter. Der weicht ja aus. Bremsen alle ab. Was ist das denn? Das ist voll dumm. Ey, egal was ich hier versuche, entweder fahren die ineinander oder die... Ja, machst du dir, Tochter. Der ist doch behindert hier gerade. Ja, keine Ahnung, ich bin keine Hilfe. Geht doch. Nichts, nur einer, der mich überfahren wollte. Also, da biete ich mich schon an. Also. Dann wollen sie nicht. Das ist irgendwie traurig. Du, ich weißt ja, sie dürfen, freiwillig, also sie dürfen, besser gesagt, sie dürfen, äh, ohne Konsequenz, Menschen überfahren, sie wollen nicht. Ich sehe irgendwie nicht richtig. Also ich komme auch nicht gerade dazu. Ich werde zwar immer mal wieder überfahren, aber es ist immer nur Einzeltreffer. Ja, ja, nehme ich mit. Sehr schön. Ja, danke schön von hinten. Alter. Zeig ich mal, endlich mal einen vernünftigen Treffer gelandet. Hier 30.000 wenigstens mal was. Und jetzt einfach mal Stack vor das Auto gefahren und ich fahre einfach weiter. Gibt die gar nicht. Alter, wie weit das weg ist, diese Extrazone. Ja, 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 alle über mich drüber. Alle über mich drüber. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Fahrt weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe gerade echt hier scheiß Bahnen erwischt, ey. Boah, wegen der blöden Tosse hält der Krankenwagen an, weißt du? Der Krankenwagen hat ordentlich gerumst, aber nö. In diesem blöden Piep da auf der Straße hält der erst mal an. Dafür überfährt er eine andere. Toll. Toll. Was mit mir? Ich habe es dringend ja nötig. Du hast es nötig. Alter, das ist mein Kick. Ich brauche das. Oh ja, voll das Bein gebrochen. Oh ja, nochmal. Oh, gib es mir. Richtig hart. Juhu. Was für ein Kacke, du? Ich kriege immer noch so kleine Beträge, weil ich nicht richtig hängen bleibe an so einem Auto. Es wird schwer. Ja, nie. Wenn immer die ordentliche Automasse kommen würde, wäre es okay, aber nö. Das war ein guter Treffer. 42.000. Das war wirklich nett. Oh, hier, nicht eine Leiche. Nicht meine Schuld. So, Dille. Das wird echt schwer. Wir haben gerade mal knapp über die Hälfte geschafft. Ja, sagst den Autos. Ja, komm schon, du warst noch über mich drüber. Nein, ich wollte abbremsen. Oh, das ist so ätzend. Ich muss nicht mal das positionieren hier. Ob so, da fliegt das Wort Ventures da im Auto raus. Kein Auto ist da, das kotzt an. Jetzt blockiert er da unten den Verkehr, weil da so ein scheiß Typ auf der Straße steht. Oh, das ist unglaublich, ey. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. That's the great idea. Scheiße. Oh nein, 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 ich will den AKW mitnehmen. Oh, damn it. Kein Auto ist das. Oh, das ist doof, wenn keine Autos da sind. Leute, ich brauche Autos. Hier ist nur eine Ampel, weißt du? Alle halten an, alle halten an. Hier kommen. Ich habe es auch noch an, aber hier sind nicht mal Autos. Hier sind schon Autos, aber die halten mehr an wie alles andere. Oder fahren hier in die Richtung, in die ich will. Also, in die ich sie brauche. Das ist voll behindert. Dankeschön fürs Umfahren. Ich musste mich gerade am Auge kratzen. Da komm, Stank. Du willst mich überfahren. Ich weiß es. Sobald... So viele schöne LKWs und weil ein scheiß Auto auf der Bahn steht, sind alle anderen Fahrzeuge blockiert. Komm schon, fahrt los. Fahrt los. So macht man den Weg frei. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Ich glaube auch. Etwas besser diesmal. Gott, jetzt fahrt los. Besser Treffer aber irgendwie. Das ist unglaublich. Ich hasse das so. Ein Auto steht quer. Niemand fährt mehr. Ich hasse das. Das glaube ich dir. Jetzt fährt dieser scheiß LKW, weiß ich. Jetzt. Das ist doch so ein Kotzen im Dreieck und Viereck und Fünfeck und Achteck. Also ich habe kaum irgendwelche von dem Treffer gelandet, ey. Dadurch, dass keine Autos da waren. Das Beste ist, glaube ich, wenn du, wenn man sich auf die Autobahn begibt, ey. Das ist so der beste Spot. Oder halt das Glück hat, wenn er im Auto hängen bleibt. So wie ich jetzt gerade. Komm schon, komm schon. Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Nicht anhalten! Dann gehe ich halt ein Foto machen, das muss ich mir sagen. Oder auch nicht, ich habe ihn weggeschaut. So, Manu. Jetzt gerade so richtig schön viele Autos gefunden, jetzt ist die Zeit um. Ja, die Zeit braucht schon lange um. Ja, wir hatten noch Adrenalin. Wir sind Junkies! Scheiß. Scheiß? Ja, dass kein Verkehr da ist. Ich fahr jetzt so, wie geht's zur Autobahn. Ja, da wollte ich jetzt auch hinkommen. Gibt ja zwei Fahrbahnen. Einmal links und einmal rechts. Platz da, Platz da, Platz da, Platz da. Na komm. Ich bin auf der Autobahn und kein Auto. Ich bin ich gar nichts. Ich seh hier kein, hier ist gerade kein einziges beschissenes Auto. Au. Das Deck ist brutal zu mir. So, jetzt aber. Ja, rammt euch da unten doch gegenseitig. Schmerz. Ich muss dich da am besten an die Stelle stellen, wo die runterkommen. Wenn mal was kommen würde. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Es sind keine Autos da. Das Problem ist halt immer, ich bleib nicht dran hängen. Die rammen mich immer nur so kurz. Ne, ich hab das Problem. Ich sehe ganz vereinzelt mal ein Auto, aber meistens ist kein Auto da. Ich stehe an einer Riesenkreuzung und total leer. Jetzt wird es hier noch von Stack weggeballert, deswegen. Also das ist wirklich so eine Sache, die hätten sie bei der Missy echt weglassen können. Also das ist richtig unnötig und stresst einfach zusätzlich noch. Weil du kannst auch keine Waffen nicht verwenden. Es ist einfach der Verkehr, der fehlt. Ich werde hier gerade von Stack weggeballert. Du hast mir ja auch schon recht. Ah. Oh. 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 Das ist mega, mega nervig. Ich bin tot. Die haben jetzt nur auf einen geballert, weil man das Auto gerammt hat und das ist wirklich mega nervig. Jetzt machst du Pause. Ich sag mal, wir verlassen die erstmal. Das ist gerade, das wird sonst zu nervig gerade einfach. Das können wir ein anderem Mal nochmal machen. Das ist gerade... Jetzt hat sie dich geschmissen. Der Held der Stunde Talons. Nein, ich habe nur die Aktivität verlassen. Ich habe dich schon wieder eingeladen. Ja, ich habe Schwarzbrüchst, dass ich kein Problem entdeutscht habe. Das hast du doch sehr entkappt jetzt. Bis gleich. So, da sind wir da. Kleine Störung. So, Schatz. Tochterlein, ich hole das Auto aus der Garage, fahre es raus, dann darfst du fahren. Ich habe mein eigenes Auto, ich habe mein eigenes gekauft, ja. Ich habe meine Kreditkarte genommen und mir ein Auto gekauft. Du hast meine Kreditkarte genommen zum Auto kaufen. Geht's dir zu gut? Muss ich dich wieder ordentlich verprügeln? Komm, steig ein. Oh, noch so ein hässliches Auto. Ich gebe dir gleich hässlich, ey. Dann kannst du zu Fuß gehen, yo. Du kannst die Fahrzeuge deines Partners nicht laden. Äh, lagern. Nicht laden. Nicht laden. Mit Kniekarten. Was für ein sinnloser Scheiß. Und dann fährt sie da in Person um. Ich habe keinen Führerschein. Hab ich auch nicht. Trotzdem fahre ich besser. Nein. Siehst du, wie wunderschön ich da laufen fahren kann? Ein Wunschweichert hier drauf, ist auch okay. Ich habe noch nie jemanden mehr eiern sehen. Der richtige, wer ist denn eben geeiert wie so ein Eierbecher? Ich eiere nicht, ich fahre homogen chaotisch. Ich fahre. Ja, du bist ein Eierbecher. Hi, jetzt... Jack... Pissl. Weißt du? Ja, ich fahre ich nicht. nirgendswohin fahren, Papi! 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 Papinella! Yo! Alter! Fahren unter extremen Bedingungen kann ich gut! Kannst du das mal lassen? Wir könnten aber grad noch einen Waffenladen gebrauchen. Bonny und Clyde mäßig hier, Tochter! Bonny und Clyde mäßig!